Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Bei mir unser Chefkommentator hier bei Welt, Chuck Schuster. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das Chaos in Berlin geht also tatsächlich noch eine Runde weiter. Vor allem für Kai Wegner, den neuen Regierenden Bürgermeister, jetzt eine sehr schwierige Situation. Wie hast du das aber gestern erlebt? Die AfD war sehr schnell dabei zu sagen, wir haben jetzt auch so und so gewählt. Und die Grünen, die ja jetzt draußen aus der Regierung, waren besonders schnell mit der Kritik. Wie muss man das einordnen? Naja, ich würde sagen, einerseits, andererseits. Einerseits ist es ein sehr durchsichtiges Spiel, was die AfD da treibt. Andererseits möchte ich sagen, dass ich es viel gelassener nehmen würde. Die Tatsache, dass man von einer falschen Seite vielleicht mitgewählt wurde, ist doch kein Ausdruck von Falschheit, die man da hat. Sondern im Grunde einfach nur mangelnden Selbstbewusstsein dahingehend, dass man glaubt, man könne mit denen nicht, man könne sozusagen nicht in dieser Gemeinschaft sein. Ich finde es intellektuell auch etwas armselig. Wenn morgen rauskäme, dass AfD-Chef Tino Chrupalla gerne Vanilleeis isst, dürfen wir dann alle kein Vanilleeis essen. Das ist, finde ich, ziemlich lächerlich. Im Übrigen heute hat in Thüringen der Landtag eine Änderung des Untersuchungsausschussverfahrens nur mit den Stimmen der AfD geschafft. Da hat kein Hahn nachgekreht. Und hier ist es ein durchsichtiges Spiel. Wenn jetzt Karl Wegner aber in Zukunft etwas durchsetzen will, dann kann er sich ja nicht mal sicher sein, dass seine eigene Regierung hinter ihm steht. Drei Wahlgänge hat es gebraucht. Und den Ältestenrat und sowieso die SPD gerade mal mit 54% hinter dem Koalitionsvertrag. Also so oder so, seine Position ziemlich wackelig, oder? Seine Position ist angeschlagen, ganz klar. Wobei ich da schon glaube, obwohl es eine geheime Wahl war, dass die CDU geschlossen für ihn gestimmt hat. Also ich nehme den Fehler, wenn man ihn so nennen will, sehe ich ihn bei der SPD. Die SPD muss sich wirklich ernsthaft fragen, ob sie regierungsfähig ist. Und diese Art von Spielchen schaden ihnen bei den Wählern. Und man hat ja auch gesehen in der letzten Wahl, sind sie schon abgestraft worden? Wie weit oder wie tief soll es denn noch gehen? Das hat man gestern auch immer wieder gehört, dass sogar aus den eigenen Reihen, es hieß, es braucht Veränderung in der Berliner SPD. Müsste die bei Franziska Giffey anfangen dann? Naja, ich glaube, dass es nicht nur ein Schlag gegen Herrn Wegner war, sondern gegen Franziska Giffey und Herrn Salé, die Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende. Denn im Grunde will die linke SPD die rechte Giffey loswerden. Und wenn sie es schafft, Wegner zu entmachten oder ihm die Mehrheit zu entziehen, ist Giffey auch geliefert. Jetzt brauchen wir endlich Ruhe in der Hauptstadt. Es gibt sowieso extrem viele Themen, die man hier jetzt anpacken müsste. Wir sind ein Jahr im Verzug durch dieses Wahlchaos sowieso. Wie lange, denkst du, dauert es jetzt, bis sie wirklich in den Tritt kommen und einfach zusammenarbeiten können? Sie müssen so schnell wie möglich zusammenkommen. Ich bin aber trotzdem sehr skeptisch, ob die Projekte innerhalb von 3,5 Jahren überhaupt zu vollziehen sind. Viele Versprechungen sind gemacht worden. Das kennen wir aus Berlin, dass dann auch noch nicht viel eingehalten wird am Ende. Aber allein beispielsweise in der Bau- und Wohnungspolitik, Wohnungsbau, ist das im Grunde kaum zu schaffen. Inwiefern färbt das auch auf die andere Berliner Politik, also die Bundespolitik ab, wenn eine GroKo jetzt von Anfang an zeigt, dass das eigentlich fast gar nicht mehr funktioniert? Ist das gut für eine Ampel, damit man sozusagen sieht, die GroKo, das ist Geschichte, die beiden Volksparteien, die können überhaupt nicht mehr miteinander? Ich glaube, es ist fast für Berliner viel trauriger. Ich glaube, dass Berlin als Regionalort oder Landespartei, Landesregierung im Grunde gar keine Rolle spielt. Und es ist letztlich völlig unwichtig für die Bundesregierung, wer Regierender Bürgermeister ist. Leider, sage ich, als Berliner. Dann hoffen wir trotzdem, dass Sie jetzt hier in Berlin zumindest etwas verändern können und sich zusammenraffen. Jack Schuster, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.